So Leute, jetzt gibt es hier vielleicht noch ein bisschen Gameplay von mir alleine auf einem EU-Server wieder, diesmal ein 24er-Server, das wird wohl hochgeladen werden, nachdem ich die ganze Sache mit Guppy zusammengeschnitten, hochgeladen, schöne Sachen rausgenommen habe. Ich habe festgestellt, das 48er-Server einfach unglaublich, da sind die Maps dann eigentlich schon fast so klein und du rennst wirklich alle 5 Meter in einen rein und die haben immer irgendwas. Was, Creeperman 209? Jemand ganz kreativ. Die Namen machen also, ich raff es nicht. Was haben wir da? Irgendwie ein Feuerlementar oder was? What? Und in Hipster, yeah, Hipster, Baby, Hipster. Und wie jetzt den Kopf drehen kann, Hipster. SwiftDate. Ja, ähm, Map, ich werde wohl wieder für Map1 voten, weil die kenne ich jetzt zumindest. Ähm, ja. Damit, damit weiß ich zumindest ungefähr, was mich erwartet. Gerade eben hatte ich sogar Diamanten gefunden. Ich habe gerade mein Achievement hier, wo ist es, wo sind es, die Achievements, Achievements, hier Diamants. Die Achievements habe ich gerade completed. Hardware muss ich auch heute completed haben. Ein Haupttopic auch. Äh, egal, Diamants habe ich gerade completed. Und ich habe sogar einen Kuchen gefunden, was ein bisschen schade ist, dass ich das nicht so mitnehmen konnte, ja. So, mir ein Holzschwert machen, okay. Acquire Diamant, das ist ja Iron Tools. Acquire, what? Acquire is the end, okay. Ähm, ja. Ja, steht da. Bye, geil. Ich gucke mal da hoch. Was zum Geier. Da komme ich nicht hoch. Dafür bin ich zu blöd. Verheißen wir, wenn jemand die Lösung verraten kann, die mal da hochkommt. Bin ich sehr offen für. So, ich sprint jetzt hier mal ein bisschen rum. Lauf, 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 lauf. Gucken wir uns hier nochmal um. Vielleicht kann ich mich, ja, ich kann mich ein bisschen beschäftigen mit dem schönen Jump-Parcours. So, hier, ups. Ja, zack. Zack. So. Und dort auch weiterlaufen und nicht bloß, na, egal. Und dort. Die Lightning Bolt. Die Spring String. Die Hopper. Oh, verdammt. Ah, da geht's los, okay. Wie gesagt, 24er-Server, also nicht ganz so kritisch. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wo man erkennt, welche Bezirk man ist. Ob hier irgendwie eine Zahl steht oder so. Ja. Der hat es super geschafft. Da geht direkt mal einer raus. Superspeed enabled. Ich werde nicht in die Mitte rein, glaube ich. Super Zero Teams. 30 Sekunden bis Game starten. Ja, ähm, ja, das wird, nein, das ist das Wasser. Ich starte immer in der gleichen Ecke. Was, war ich denn falsch, dass ich immer hier starte? Merkt sich das irgendwie die Mod? Glaube ich irgendwie nicht. Ich starte immer hier in der Ecke. Komisch. Freundes Team schon. Es gibt übrigens auch noch eine andere Variante von Hunger Games, es gibt bis 170 Leute, und da gibt's, ähm, ähm, gibt's auch noch solche, ähm, Packages, skill Packages, so ungefähr. Ähm, deswegen kann das durchaus sein, dass es da noch andere Varianten gibt, die ihr findet. Ich bin jetzt wie gesagt bei Minecraft Survival Games angekommen, mehr oder weniger, suche mir da immer meinen Zoll-Cross-Pilze, finde ich weiterhin mehr, muss ich mich hier nicht aufhalten. Und da kann man dann auch relativ easy bei Minecraft Survival Games die Server auswählen. Ich habe inzwischen herausgefunden, da wo Deathmatch steht, immer mal draufklicken und gucken, was man einem sagt, wie lange der angeblich noch ist. Weil wenn irgendwie noch zwei Leute am Leben sind, dann einfach versuchen da drauf zu connecten, das funktioniert relativ häufig. Ich schieße mir damit zwar selber ins Bein, weil jetzt alle das wissen und dann eher drauf connecten als ich und ich mir dann jedes Mal sage, fuck, kein Platz mehr. Aber naja, ich würde sowieso unmöglich sein mit mehr als zwei Leuten, also mit einem Kumpel sozusagen das aufzunehmen, vermute ich. Weil es einfach viel zu viele Leute gibt, die das spielen wollen. Also ich weiß nicht, wenn da vielleicht 20 Server, 30 Server mehr wären, dann vielleicht, aber so wie es jetzt momentan ist, oh fuck, hab ich nicht hier rausgekommen. Sieht das nicht so aus, als ob man da sinnvoll, uh, versuchen könnte auf einen Server zu kommen, da Minecraft halt auch kein Server-Browser hat. Okay, hier sind irgendwelche Sachen. Ah, wow. Gehe ich da runter? Ich ris- oh, hier geht's runter, okay. Ich riskiere's, ich riskiere's, ich riskiere's. Au. Ich hab echt ein Glück für Fallen. Das ist unglaublich toll. Eine Falle gefunden, die mich nach unten schmeißt und, na weh, so eine Kiste. Also, wie ihr seht, ich bin echter Fallenkünstler hier. Ich find so viele Fallen. Das ist super. Äh, 17 verbleiben. Ja, da sind schon 7 raus. Finde ich nicht so schlecht. Äh, okay. Ja, das ist super. Was zu essen. Ach, Rottenflasche. Das ist ein Rottenflasch. Aber was zu essen und ein Schwert ist ja schon mal nicht schlecht. So. Auf der Insel gab's doch da einen versteckten Schalter, wenn ich mich nicht irre. Da war ich da letztendlich auch. Ja. Auf 24 hast du dann halt mal den Vorteil, man findet nicht alle 5 Minuten jemanden. Wow, na egal. Da kommt man dann zumindest schon mal ein bisschen dazu, sich was zusammen zu suchen, bevor man da auf Gegner trifft. Irgendwie bin ich aber zu doof, Leute zu töten. Hab ich das Gefühl. Du weißt es, ich hab den Schalter letztendlich nicht gefunden. Da war er. Nee, Apfel und Goldene Apfel. Schön. Damit sollte erstmal nicht mehr verhungern. So, jetzt versuch ich glaube, das ist genau so wie das letzte Mal. Das war nämlich, wo ich hier mit Guppy war. Da sind wir hier nach rechts gelaufen. Das wär ich wohl jetzt wieder versuchen. Also falls ich irgendwie da bei der Falle was übersehen hab, dass es da doch noch irgendwas gibt, was man holen kann, dann sagt's mir. Tut mir leid. Und ich bin halt noch ein Kacknoob in Minecraft und in... Dingens hier. Hunger Games. Ich geh aber unten lang. Oben hab ich jetzt mal nix sinnvolles gefunden. Außer, dass wir alle schön verreckt sind. Das ist halt echt schwierig hier Sachen zu finden, weil Thronen, da sieht man doch häufiger als man denken würde. Oh. Okay, jetzt irgendwie Sand. Hier ist einfach mal nix. Ich vermute, hier komme ich nicht sinnvoll zu irgendwas, außer dass ich jetzt schön noch im Prinzip hier draußen rumstehe. Äh, schade. Also wie gesagt, ihr dürft mir gerne in Kommentare oder irgendwas schreiben, wenn ich irgendwas übersehen haben sollte. Oh, die schöne Minecraft Musik. Da bestehe ich gerne für Anregungen offen, was ich da dann übersehen hab. Dann weiß ich nämlich nächstes Mal, dass ich da genauer hinschauen muss. So. Tja. Ich weiß gar nicht, heilt der Gold da aber auch komplett oder macht er bloß den Hunger komplett voll? Ich glaube, er macht bloß den Hunger komplett voll. Tja. Und hier ist überhaupt nix. Schön, dass ich hier rausgelaufen bin. Unter Wasser werde ich jetzt nicht rumgucken, ob da irgendwas ist, denke ich. Man weiß ja nie. Wenn da irgendwas Spanisch vorkommt, müssen wir ja irgendwann in alle Ecken schauen. Was verdammt viele sind. Der joint sogar jemand noch im Superbo. Oh, sind nur 8 übrig. Na hoch. Da hab ich doch. Da hab ich doch. Ich bin jetzt ganz gut geschlagen. Zumindest bleib ich nicht episch verloren. Die ganze Zeit mit Gugny gerade. Das war irgendwie... Da steckt er bei uns der Wurm drin. Also meinen Golden Abfall hebe ich mir auf für das letzte für Notfall sozusagen. Boah. Ich sehe Schussgeräusche immer bei Minecraft, ey. Ich... Ich... Gehe ich am Stock. So... War nicht hier das, wo wir irgendwie noch einen Schalter gefunden haben? Ich weiß nicht, wo wir hochgeklettert sind. Ich glaube, das war nicht hier, wo wir den Schalter gefunden haben. Ich glaube, das war nicht hier, wo wir den Schalter gefunden haben. Das sieht aus, wie einfach nur hochzuklettern gewesen. Tja. Lauf, Mama, wa. Oh, hier hinten nicht irgendwie. Hier ist der Schalter, oder? So eine komische Wand. Hm. Da. An der Wand war das doch. Und zwei war die richtige Stelle. Oh, verdammt. Das war doch hier da. Da. Da war er. Genau. Und ich bin jetzt mal in die 1 gegangen. Das war falsch. Da gehe ich jetzt da hin. So, jetzt habe ich zumindest ein bisschen was an. Und... ein Schwert. Hm. Ja, aber man hat halt schon ein bisschen einen Vorteil, wenn man... den hab schon mal gespielt hat. Er kennt ja die Geheimnisse. Hm, hm, hm. A cannon could be heard in the distance. Five triples remain. Ah, okay. Okay, hier ist noch eine Kiste. Ein Bogen. Und ein Stick. Ich habe schon zwei Sticks, aber ich habe kein... kein Ding ins... Kein Pfeil. Ah, das ist noch eine Kiste. Das nützt mir also momentan nicht so prickelnd viel. Als ich das habe. Noch ein Apfel. Noch mal Fleisch. Noch ein Stick. 30 Minuten an zur Final Deathmatch. Okay, da kann ich vielleicht noch ein bisschen was finden. Bevor ich irgendwie da rund hin muss. Tatatatataaa. Was ist denn die zweite Nacht? Ne, jetzt mal erste Nacht. Ich sehe schon wieder nach Kisten da drüben aus. Also, am Rand sind unter den Wasserfällen ziemlich oft Kisten, wie ich das so sehe. Oh, ne, hab mich vertan. Verdammt. Dann sind es halt doch keine Kisten. Dann bin ich so langer lauter Laune da reingesprungen. Ich will noch gucken, ob hier hinten irgendwie was ist. Also, wie ihr seht, es gibt viele, viele versteckte Stellen. Ich will noch gucken, ob hier hinten irgendwie was ist. Also, unglaublich versteckte Stellen. Deswegen immer hier so an die Stellen gucken. Vielleicht findet man da ja an meiner Stelle was. What? Okay. Dann, Mampfen. Okay, ich komme zum ersten Mal ins Deathmatch. Aber ich glaube nicht, dass ich das kurslich überleben werde. Ey, gerade mal gesagt, 30 Minuten bis zum Deathmatch? Meine Fresse. Ach, weil nur drei übrig sind. Alles klar. Und wahrscheinlich am Arsch der Felsen. Aber ich habe zumindest eine Waffe. Nicht bloß irgendeine Gruppe Vieh, sondern eine richtige Waffe. 3, 2, 1, habe ich gleich geportet. Tadaaa. Boah, natürlich, ja. Was wollt ihr denn von mir? Verloren, ey, was ist denn das? Warum geht ihr denn immer alle gleich auf mich? Ja, das schmeißen die auch Waffe weg. Mich ist angeschossen hier. Wie viele Pfeile hat der denn? Meine Fresse. Wie viele Pfeile hat der denn? Meine Fresse. So, das ist noch mal ein ganzes Spiel. Äh, wieso gibt es der jetzt hier mit dem Spiel? Sichtbar für alle. Tja, so sieht das aus. Mein ganzes Spiel. Ich habe sogar fast bis zum Ende überlegt. Ich habe noch am besten drei. Yay. Bis bald.